Jo Leute, willkommen bei Nitzeport! Nitzeport haben wir geholfen. Wir treffen mit Super-Rooten-Trunken-Opter. Sie ist heiß. Machen wir den Wunsch. Jetzt sind wir uns mit der 5. Kammel-Trunken. Oh. Das war's nicht. Du bist irgendwie auf die Kammel-Trunken? Dann? Soll ich den Wunsch. Oh, ja! Soll ich den Wunsch anschauen? Ha! Huh? We don't need it. Think of me, what? Oh, geely. Oh. Oh. In this film, jetzt was die Kugelge hat. One more time series. This will let you out. Let me show you just how awesome hidden leaf village ninja are. What's the matter? That's a good guy, the super hidden cloud ninja. Is hidden cloud ninja afraid to us? Oh, ho, ho, ho. What the hell? You've even started this with cloud ninja. Hey, that's gonna bring my final attack. My new jutsu will flatten even the thickest wall. Game over. Now I'm all set to deal with it. I'm not going in I don't know I'm not going in I'm not going in I don't know. I'm not gonna be there. I'm not going in. I'm not going in the darkroom. I don't think this is happening. I'm not going in. Okay. Well... I think I'm... Let's start with a greeting, shall we, Toby? Or rather, I hear you're going by Madara these days. I'm impressed you found this place. You oughtn't underestimate how much I've learned, wandering the world as a spy, and a member of the Akatsuki. That's right. You were one of Sassari's spies, which makes you now a traitor to Akatsuki, Kabuto Yakushi. Reanimation. A forbidden jutsu once known only by the second Hokage and Lord Orochimaru. But now I am the third. I have surpassed both of them. Please be at ease. I have not come here to fight you. Then what do you want? I want to join you. Join forces. What would be in it for me? I hear you're starting a war. I offer you strength in battle. In the form of Itachi, Sasori, Deidara, Kakuzu, and Nagato. Stallward warriors all. Plus, they're not the only pawns I possess. And in return? Sasuke Uchiha. What are you plotting? Nothing in particular. My interests lie in exploring the diversity of ninja itself. Sasuke is merely necessary for part of my research. I desire a living, young Uchiha individual. And if I refuse? That's... Did you really think I would approach you without a hidden move? That's right. You cannot refuse me. Where did you get that? I have my means. Don't worry. I haven't told anyone else. I never imagined you would become such a formidable vessel. Quarreling with you right now would only waste energy. You timed your visit so precisely. Very meticulous. And so? Very well. We'll join forces with you. However, I will only handle the Sasuke after the war. We seem to have reached an understanding. I expected no less from Madara Uchiha. Your vessel is unique. And you're insolent. I shall reformulate my strategy after I confirm your battle strength. The US will help with your battle strength. It's okay. I think, it's the end. It's ok. That's very well. Let's do something you have to do that. I think there will be a big question. Das ist die Wunschung. Ich glaube, das ist der erste Wunschung. Ich habe den Kalki-Wunschung. Die Wunschung. Ich habe den Kalki-Wunschung. als die Zugegekreis sein Bild zu kontrollieren kann und somit sonst das dann Kille wird in der Stelle werden und falls ihr wissen wollt wie man zu tun über werden kann auch wenn es keine Pampel wird dann muss man noch nicht sein und alleine ist das anders er muss gute Beziehungen zum Buch Karrer Ah das ist die Zuge zu hören Oh ja, ich habe über dich gehört Ich bin glücklich, dass du es geschafft hast Du stehst auf dem Weg, es ist nicht viel weiter gestern gestern ist du in die Böden und Stimme mit ihm auch Achen Anni, wie war ich ja, bist du von dir jederzieher Ich bin Naruto Uzumaki, schön zu treffen Du siehst leidlich Ich hoffe, dass du und B und B wird ein guter Team B, wer ist das? Was? Du bist in Churiki, und du ihn nicht weißt? Auch in der Hidden Cloud B ist ein bekanntes The Great B, das ist ich! Wer ist mein Name? B B O B 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 Ich bin nicht dieser alten Mann, er ist Masterkiller B. In diesem Fall, bitte! Du musst mich trainieren! Trainierst du? Ich bin die 9-Tails Genturiki, aber ich kann noch nicht die 9-Tails kontrollieren. Also, bitte teach mich, wie die 9-Tails kontrollieren! Keine Weise. Du kannst es jetzt nicht machen, mein Freund. Die 9-Tails wird dich aufbauen. Dann. Warum nicht? Ich werde nicht wissen, bis ich versuchen, richtig? Schau mal und Meditate auf der Wetterfahll. Bist du dich trainierst. Was für ein Schmerz. Hey, warte! Also, er ist weg. Wenn er in diesem Fall ist, wird er wieder zurück. Was bedeutet, dass ich das nicht machen kann? Was bedeutet, dass ich das nicht machen kann? Nein, du hast es falsch gemacht. B hat dir eine Beobachtung. Was bedeutet das? B hat dir gesagt, dass du meditate auf der Wetterfahll hast. Es gibt ein Ort auf der Wetterfahll auf der Wetterfahll, der Wetterfahll auf der Wetterfahll ist. Meditate dort lässt du dich auf die Schmerzen in dir. Die Wetterfahll auf der Wetterfahll? Das ist wahrscheinlich das, was er bedeutet. Bist du, nicht? Bist du gehen? Bist du gehen? Ich versuche, dass ich gehen. Ich versuche und Meditate. Und ich werde ihn trainieren. Und ich denke, ich gehe auch. Das ist kein Wetterfahll. Das ist kein Wetterfahll. Alles könnte hier passieren. Hm. Es sieht aus, dass der Leif's Jinchura-Key auch nicht gut hält. Ich glaube nicht. Mehr Leif-Ninja kommen später. Bitte schau sie auf sie. Entstanden. Du zwei, bemerkbar. Okay, jetzt müssen wir zum Wetterfahll der Wetterfahll und... ...den Fösten der Rotenpensel haben. Ich hätte können wir nur den Zimmer noch geworfen. Aber wie wär's mit dem Fösten der Rotenpensel? Oh, was ist denn da drin? Baaas! Die Brustzonen müssen wir uns gesucht, ob wir das geklärt. Dich façon. Nein. Lop. 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 4 3 4 5 4 1 4 5 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Well, there's a waterfall. This must be the waterfall of truth. So if I meditate here, I'll get to face the darkness or whatever inside me, right? That's what he said. I don't know whether it's true or not. Hey, Naruto. It's fine. You watch from there, Captain Yamato. Your truth is in the darkness. Hey. Huh? Who are you? I'm not doing any Shadow Clone Jutsu. I'm you. I am the hatred inside you. The feelings at your core. The shape of your truth. I'm the true you. I hate? You're what I really am? Quit messing with me. I'm me. There's no way I'm hatred. Deny it all you want. It won't change the reality. You are me. But... Unlike you, the Ninetales has taken quite a liking to me. This is Chuck. So... You're the one working with the Ninetales. That's right. I'm you. And I'm not gonna let you chase me out. You fake. I'm not the fake. You are! Try to force me out then. Yeahidadman. I'm out. I hate that man. I hate that man right. For his whole thing, the arena is probably наз mutual. Go lotta big. medidas. What is the heck? Das ist der erste Schritt für dich. Du hast ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Oh, wir sehen. Okay, jetzt nicht. Achtung vom Chat, das ist es. Okay. Okay. All too well. What is it that they call me now? Oh, yeah. Hero? Those villagers suddenly changing their tune and kissing up to you like that? They're selfish. It was like they hadn't spent years looking down on me for being the Ninetales. I can't trust them. They'll just betray me one day anyway. It's better if I never trust them to begin with. Huh. Well, am I right or am I right? Those are your feelings. I... I never thought stuff like... Stop trusting the villagers. I know you already know what they're really like. Eh, don't worry about it. It's not like they actually trust me either. I... You are me. I am you. I know what's in your heart. Hatred. That's what I really am. Shut up! Shut up! Just admit it. You are me. Naruto. What's wrong? What happened? Someone who looks just like me. I don't know. He was... My dark half. Your dark? I knock him down. And he just get right back up. It's dumb. He's dead. And he kept saying all this nasty stuff. It's... It's... It's like a star. So he used psychological attacks too. It's a rough opponent. But you need to deal with that dark half or else. Naruto? I'm gonna go talk to Shades wearing Pops. Be prepared. Even if you go now, he may not listen to you. Maybe not. But he might at least give me a hint. Still. I... I'll be right back. That line, Naruto is really shaking up. Okay. Time to get back. Um... Uh... He's just gonna be trying to realize the speed is up. Um... Um... I'm just looking for... Um... Uh... 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 Ich habe ein guter Gefühl darüber, und es fühlt sich gut. B, wie viel Zeit hast du in diesem Zeitpunkt? Wenn du Zeit hast, um einige schlechte Rhymes zu stellen, dann könnte du nach dem Kind, du kennst. Nicht, dass ich die 9-Tales mag, aber dieser Kind hat ein Potenzial. Ich war auch ein Crazy Wild, aber wir haben uns, und jetzt schauen wir uns. Du hörst mich an? Hey, B. Sorry, I got company. Our talk's over. You get me? Yeah. Company? So this is where you are. I've been looking for you. It's the brat with the screechy voice. What do you want with the B? I just ran into another me. Back at the waterfall of truth. But I couldn't defeat him, so I thought I'd ask you. You came to get a hint from me, did you? Sorry kid, can't help ya. Why not? Just tell me, it wouldn't hurt anything. Unless I control the 9-Tales, I can't fight Sasuke. So, please. Not if you ask me a million times, fool, ya fool. Then, what will make you tell me? Hey, B. Huh? You could just give him a hint. Look at his eyes. He's bracing himself for something. His eyes aren't bad. Yeah, I know. Saw it way back. B. Man, you're going soft. That's quite a chance him you're throwing there, hey, hey? I don't give bonuses like this every day, day. Huh? You mean... I'll think about it if you beat me. Fire yourself up and come at me. Yeah! If I beat you, we've got a deal, right? Yeah! Those turns are awfully normal for you. I thought you'd challenge him to a rap duel. Well, I need to know how tough he is. I'll check out his ability, just so I know, yo-yo. Okay, I'm bringing everything I got. Okay, in anime was... ...wann ist so, dass... ...die kämpfen... In anime was nämlich so, dass... ...se ich erst Killer Beasts... ...vergangenheit erklärt... ...bekommen... ...mit Ultimane und Jesus, due to einmal treffen. Okay, so... ...das wird sein... ...zentig zu zwischen den Takt, und der Faden. ...Kannin Sie? ...ne Chance, was ich zu schütze? ...azule ich das Ding. ... habe mich hierher. ...HALB-D Viking. ...J-Kannin Sie? ...J-Kannin Sie? ...Kannin Sie? ...J-Kannin Sie? ...Disk! ...Kannin Sie? ...Kannin Sie? ...Kannin Sie? ...Kannin Sie? Okay. Okay. Hartmann. Ah, das ist so schön. Gamer! Gamer! Hi, Wen! Tell me... How's that? Hmm... We ain't bad. Haha! So you'll teach me now, right? Octopus tentacles?! You were fighting a stunt double! You'd never give the real meat trouble! Yeah! Feeling awesome! The terms apply! Thanks for playing! Buh-bye! That hatred in you. It's part of you. Everybody's got some. You know that, don't you? If you want to deny it, that's your call! But doing it means you're spoiled, that's all! What's important is conviction, brother. So is your passion to trust others. There's something you gotta do before stressing about others. Yeah! Something I've gotta do. I thought you weren't gonna give them a hint. I think you're the one who soft-heared me. I'm rapping here! Shut up! No way I'm soft, boo! Ya boo! What are you getting embarrassed for? Well, either way, the rest is up to that kid. It's true. As far back as I can remember, everybody was cold to me. Yeah, I bet it's the wrong way to what you could say, though. It was really rough. And it really hurt. But even so, I finally got everybody to acknowledge me. Those villagers suddenly changing their tune and kissing up to you like that? They're selfish. It was like they hadn't spent years looking down on me for being the Ninetales. Do they really all believe in me? Maybe... That never even crossed my mind. You have something I can't believe in in Africa. I can't trust. They'll just betray me one day anyway. Can't... Can't trust... Betrayal... That stuff he said. Maybe... Deep down... I thought it too. What's important is conviction, brother. So is your passion to trust others. But... Then Octopop said that... That being able to trust is important. Way back then... I don't think I would have known what he meant, but now... Iruka-sensei and Sakura... I've got friends now who've got my back. I really do think that all of them believe in me. I can feel they do. In that case... There's something you gotta do before stressing... About others. Yeah. He's right. There's something I've gotta do now. Look at that... It's all right. Let's go for now. What's good? Yes, we're gonna do the first time... We've got one... Two... 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 One... Two... 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 Naruto, er ist zurück. Ich wundere, ob er hat seinen Hint geschafft. Ja, ich habe ihn einen Hint. Was er macht mit ihm ist, ist es zu ihm. Huh? Killer Bee? Hey, jetzt, schau mal die Geräusche, bitte. Just hier, um zu sehen, was ich kann sehen. Ja, Herr. Jetzt, was er wird machen? Hey, zurück für mehr, huh? Es wird das gleiche, egal wie viele Mal wir ihn machen können. Du kannst mich nicht verletzen. Ja, ja. Ich weiß, dass ich dich nicht verletzen kann. Ich habe das letzte Mal herausgestellt. Du hast es richtig gemacht. Du kannst mich nicht wegschrauben. Ich weiß dich besser, als du selbst selbst wissen. Dann... Du schon wissen, was ich gerade entschieden habe. Huh? Ich habe meine Gedanken gemacht. Ich... Ich glaube, dass ich die Villager verletzen werde. Was? 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 I don't care what you decided. Nobody understands you except me. Those villagers have been lying to us since we were kids. Inventing stupid rules, making us outcasts. It was so hard, so painful. I'm the only one who will ever truly understand you. You can't trust any of those villagers. Yeah, the villagers are important, but there's also someone else I've got to trust more, first. I need to believe in myself. In me. The me that the villagers believe in. If I can't believe in myself, there's no way I can believe in the villagers, right? So, first off, before I do anything else, I need to believe in myself. That's... Stop it! Believe in yourself? Don't give me that. I won't allow it. I'll never allow it. Hatred. That's what you really are! Darkness... is my truth! You are me! The me that's full of hatred! That's the real Naruto Uzumaki! You're just... a fake! Try to chase me out then. Not that you can, even if you tried. Why are you? Okay, I'm down now. I'm down now. Weapon-Mei-Zeit. I'm going to go. Oh, you're close. Ah, now it's not. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Let the battle begin. Yeah! I can't do that. You're the one who said I knew, remember? Ah! You're the one who said I knew before. I know what I have to do. So I won't lose to you. I don't feel like losing to you now. Ah! 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 Das ist einfach ein Fake. Wir sind uns zusammen. Ich habe das Glück. Dies ist gar nicht so gut. Wird es auch ein Fake. Wir sind beide zusammen. Das ist gar nicht so gut. Bis zum Glück. Der ist ein Fake. Mit dem Namen hat man Zeit. Du... Du denkst, dass ich in deinem Weg bin? Dann... Was genau ich für dich bin? Ich war stark, weil du existierst. Das ist so, dass ich wo ich heute bin. Dann... Was soll ich jetzt machen? Komm schon, das ist einfach. Du musst mich sein, weil du mich bist. Danke für alles, aber jetzt ist alles gut. Ich muss gehen. Das war's. Kapitän Yamato. Und Octapops. Warst du hier der ganze Zeit? Schau dich. Es scheint, dass es gut geht. Das war's. Es ist zu früh, zu feiern, Mann. Du, Mann. Das ist das, was ich möchte sagen. Aber erstes, erstes. Gut gemacht. Weg zu übernehmen. Du bist ein Glück, Mann. Wir versuchen jetzt zu kontrollieren, den Nientel. Von diesem Moment, ich werde dir dein Instructor sein. Du besser vorbereiten dich, oder sonst kannst du sterben oder torturieren. Du, okay? Bring it on! Yo! Wir nochmal Verlangen. Wir haben wieder Okayo. Wir holen dich auf mich, während du raffst. Yo! Ich bin Naruto Uzumaki, du weißt? Man, du weißt, du weißt, du weißt. Shut up, du weißt! 2.10 zugegeben. Fertig. Es wird eigentlich auch Zeit für ein paar Sekunden, oder? Aber ich mag wohl noch den Kopf geben. Okay, nicht gespeichert. Also, ich muss jetzt den Kopf noch gegen den Kyuubi machen, also den neuen Schwanzigen. Das ist flücht. Ah, bla bla. Ich muss jetzt mal jetzt ab zum Waffe. Das facken. Ah, flucht es noch mal. Und die Wahrheit. Und die ganze Statue sind immer genau. So, was ist das? Ich glaube, das ist das selbe. Okay. Und kein Sinn das Leben ist mehr hart oder sowas. Und dann war ja auch mit so einer Rufung, sagen wir mal so, auf irgendeine Statue. Also, das Ding weiß, wie die Kopf reinstecken muss. Und dann führt er zum Beispiel das Tor dort hinten auf und dann. Weil man keinen Hass mehr hat. Das löst Statue. Aber ich darf nicht rein gehen. Chapter 4 The Birth of Naruto Naruto's Geburt Wir wissen schon alles Naruto in der Missgeburt Ich bin mehr solid als meine eigene Stillshell-Seal Also, du musst die Stille-Seal Was, wenn er ihn nicht able zu kontrollieren und die Nine-Tails vollständig manifestiert, was dann? Wir werden ihn weg von hier. Das ist das, was dieses Ort ist auch. Stille? In hier? Aber... Das wird nicht passieren! Ich versuche, dass ich zufrieden werde! Naruto... Okay, Zeit, um die Tür zu öffnen. Jetzt werde ich euch erzählen, wie es mit den Nine-Tails geht. Naruto, du hast mich wirklich beeinflusst. Die Regeln sind wirklich einfach einfach. Once du die Nine-Tails in deinem Geist, schau dir das Ziel. Wenn die Nine-Tails emerge, schau dir die Chakra mit deinem Geist und schau dir stark. Die Chakra kann nur durch die Chakra beobachten. Das ist wie es geht, du. Also, schau dir die Nine-Tails' Geist direkt aus seinem Geist. Ich versuche, es gibt eine Chance, dass dein Chakra von dir wird, wenn du ihn versuchst. Und du wißtst, was passiert, wenn dein gesamter Chakra von dir wird und zerbricht bis zu zero, richtig? Ich versuche, wie es passiert. Naruto, du... Where the real you go, I don't sense him. I'm right here. Right in front of your eyes. Ah, it does get into the touchpad. Do you really think you can win? Ich glaub selber, dass man das gegen einen gewählten Dörner gewinnt hat, weil wir ja bestimmt umgesetzt sind, dass ich hier eher im Mieten-Modus bei einem gewählten Dörner gewinnt habe. Und den Hass überwinden. Zur Anzeige, ich kann es nicht. Bring it! Yo, Naruto, I wanna help you fight, yo! Alright! With Octobops' help, I could tip the balance in my favor. Ja, wie jetzt in der Phase gemacht? Ungegeben Teil. Nutz deine Eigensteine im Kampf, denn diesen Kampf ist ein Wurtzug und Ludus. Konfretiere mit dem Tierbrenn... Mit dem Tierbrenn dein Wille. Blumenpreis sofort mit dem Knöchel, den Gatsch alleine heraus. Using Octopops' help is a good idea. But... I wanna do this on my own. Ja, du musst mir auch nichts unternehmen. Ich bin nicht mit dem neuen Schleiften. Kämpfer von mir. Hat mir letztes Mal nur eine Hilfe gewonnen. Und sein Held. Das... Mächtiges Duo Team. Ein Kampf in dem... Ja, also, Möchel-Splint wie... Keiner-Bies. Also käme ich hier an und zeige ihnen, was das neue Team aus Reuter und Schülern zu leisten. Als es dann wird es. Ich kann nicht verlieren. Warte. Du willst doch... Und die Leute sollen mit demstande lösen. Das ist nicht wirklich gut. Nein, dass du nicht die Menschen gewonnen hast. Ich kann nicht verlieren. Ich werde mich nicht verlieren. Und er ist dann... Ich kann nicht verlieren. Wie bin ich mit ihrem Kampf nach oben? Aber ich so liebe es sein, einfach nur die Gewalt. So will ich mich nicht bewegen. Aber er kann sich im Süd-Sinn ziehen werden. 100% Ja, dann kommt er nur noch von den Kopf ab. Ich glaube, es wird uns bereuen. Fakiert sich einfach mit das zu hören. Er ist ja auch Der ist ja auch schon. Er ist ja auch schon. Es ist ja auch schon.